Richtung, weißt du das? Keine Ahnung, ich glaube Süden, Südosten Vielleicht die Häuser da unten an der Tanke Süden? Achso, okay Ja doch, da sind zwei Leute Zwei Leute dran Hat noch ein Hit Einer ist im Haus Hast du dieses Stamina-System? Brücke, Brücke, Brücke Kleine People House, not slow Schau, ist über uns Am, 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 oben, 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 Süden, 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 Süden Sehe ich leider nicht Wir müssen hier weg, Leute Wir sind ein Sandwich Fairly ist gedroppt, ne? Ja, ich probiere es Einer ausgenockt vom Buggy Ich komm mal ran Kannst du ihn Kay'n? Oh, die klauen mir den Kay'n Ich glaub's nicht Wir haben auch 210 noch welche, ne? Am Baum Schaut, schaut besser, dass ihr mich saft, wenn ich Bälle hier hole Heilige, 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 Heilige Ich bin hier durchkrabbeln Ja, es ist halt keine Ahnung, was wir hier machen, ne? Ja, wir sind ein Sandwich Lass mal wieder zurück zur Tanke Bin wieder ausgenockt Ich bin auch genockt Oh, shit, da ist noch mehr Sandwich Hier sind viel zu viele Leute Wir müssen hier weg Na, wow Du bist alleine, Spoonie Ja Wir sind da Hier ist ein richtiges Sandwich Da oben sind welche 210 Dann sind da hinten bei euch welche Hier an dem Ding ist auch noch einer gewesen Da hinten So, tot Ungünstig Rechts Auto Na, ich weiß schon, aber Erstmal hier die Tanke sichern Na, willst du mich umfahren? Klar, wenn du das Na ihr? Wollt ihr aussteigen? Komm, steck aus Steck aus Ich hab nicht geschossen Oh, das sind ja drei Leute Ja Ach Das sind zwei Ja tot, ne? Ach Es waren nur zwei Und rasiert? Es waren doch nur zwei Wow Outer plate So, jetzt haben wir ein Auto Auf gehts Ja, viel Spaß, Spoonie Dann opfer ich mich auf für Eis Und werde dafür bestraft Das stimmt, ne Das darfst du im Squad nicht machen, Reidy Da musst du immer an dich selbst denken Ja Machst du wie ich Ich lebe noch Ich bin dann einfach weggegangen Weil keiner reagiert hat Das war ja das lustige Reidy sagt Gib mir Deckung Ich geh Eis holen Und Spoon dreht sich um Und rett zur Tankstelle Ja, weil wir im Sandwich waren Wir waren im Sandwich In der Situation Ich hab das schon so oft gehabt In Squads Dass man einfach Im Sand weg ist Ja, aber keine Ahnung Solo kann man eh Solo sein, ne? Aber we roll together And we die together Kennst du das? Ne We roll together And I will get the win Alone Oh, jetzt pokert er hoch Jetzt pokert er hoch Nein, nein, nein Das war jetzt nicht für jetzt gemeint Das war einfach nur Nein Das ist dann mal irgendwann Wenn du denn zufällig das Chicken holst Sagst du Genau Er kann es ja immer sagen Und irgendwann hol das halt, ne? Ja, ja, klar So läuft das Dann Oh, schniki, schniki Kille mit der Pfanne Ja, ne? Ich hab ne Pfanne Aber wenn ich die Chance zu hab Oh Ich genügend Boost Ich hab noch einen Boost Müsse irgendwo einer sein Oh, hier ist der Buggy Ich kann mir vorstellen, dass er sich dann genau vorstellt, dass es jetzt reale Menschen sind, die er da abballert Minute 30 und du bist ziemlich weit, ne? Schnapp ihn dir und vorweg Ja, ich... Na, ich wärs mal hier Paula hat neulich eine 5 in Deutsch gekriegt Und Schuld daran... Wenn das ein Dacia wäre, dann würde ich den direkt nehmen Dann könnte ich auch hupen, damit die das hören Aber so Äh, was? Niemals! Niemals! Du willst mich verarschen Lol Niemals So, wir zu dem Thema Er ist angehalten, oder? Wie, wie geht denn das? Ich war doch da gerade Wie kann denn der... Was? Oh man Der hat gerade einen Ölwechsel gemacht Ist nicht gesehen Vielleicht saß der in dem Auto drin, aber das hättest du auch gesehen, oder? Der Quantum, der kommt erst an, glaube ich Oder so Kommt zurück? Oh nein Treiben, treiben sie Ja, ja, ich... Ich probier's ja Das weiß auf jeden Fall jeder, dass du da bist Das ist okay Vielleicht bringen die mir ein Auto Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe Der steht da vorne Echt? Der steht da? Ich war gerade in der Map Rechts an der Klippe Ein bisschen weiter unten Tiefer, tiefer, tiefer Okay Ah, da unten meinst du dann? Dann lauf ich mal zum Baum Also wenn der angehalten wäre, das wäre natürlich cool Ah ja, Reifen ist kaputt Lul Ja toll, jetzt schaffen wir's wahrscheinlich beide nicht Es sei denn, wenn ich den kille und der hat gut Leben Oder warte mal, wo hat sich denn meinen Datscher hingestellt? Der war doch auch hier oben irgendwo, oder? Hast du die App nicht installiert? Hast du die App nicht installiert? Darf einer Der Datscher war doch auf der ganz anderen Seite Ja, den werde ich jetzt auch nicht mehr finden Ich guck mal, ob ich den vielleicht noch killen kann, aber Ach, das zieht jetzt zu viel Ne, das packe ich nicht ohne Auto Ist gar nicht mehr so weit 100 Meter Oh, da unten läuft er, ja Also dieses Spiel Call of Duty Schaffst du's auch noch ein Ist eine exakte Stringung für das Militär Ja, loot ihn und dann schaffst du's auch noch ein Die wird richtig viel ziehen Ist ja grad geduckt gelaufen Ja, ne? Vor allem auch ohne Waffe Geduckt ohne Waffe Richtig clever Oh, guck dir das an Hast du keinen Kit mehr? Ich hab drei Kit noch doch Ja, dann schaffst du's doch locker da rein Musst jetzt aber einen ziehen gleich Ja, zieh ich erstmal hier Der hat acht Bandagen, ne achter Der damals Suppressor Aber gut, brauch ich nicht Okay Cool, dann schaff ich's genau mit keinem First Aid Na, jetzt schaffst du's doch rein Dann hast du noch eins Naja, klar Dann Das muss ich aber nehmen dann Oh man Nimmst Bandagen Nebel Stimmt Gäste Position Jupp Würde ich auch sagen Ja, Nebel finde ich eigentlich auch ganz schick Nebel ist cool So, der letzte Boost 50 Sekunden Ja, easy 20 Gegner, 20 Kugeln Gib ihm Eine dann für mich Ja, nice Wo ist hier die Deckung? Wo war hier was mit Bäumen? Oh man Ausverkauft heute Ja, so ein bisschen Also dieses Spiel Call of Duty Ist ein exaktes Training Da eben war echt so aus, dass er bei einer stand, ne? Echt? Der Busch, ja Ja, da hat man Busch, ja Aber da Warte mal, wo war denn der Busch? Weiß ich jetzt gerade nicht Oh, na gut, hier sind Steine Oh Oh Ja, du bist nicht Ja, ich muss erstmal in die Zone Ist mir irgendwie wichtiger Oh, da vorne läuft auch noch einer Komm, ihr seht mich nicht Du siehst mich nicht Links dann glaube ich auch noch welche, ne? Ja gut, die Links muss ich jetzt killen Kann halt nicht eine ausweichen jetzt Ja, da sind drei Stück vor dir Open Field Oh man Okay, dann nehm ich doch lieber die zwei hier Die sind schon mal auf drei Die sind schon mal auf drei Die sind hier vorne Oh mein Gott Äh, äh Ich nehm hier rechts Daneben lag noch einer Ach, der war nicht ausgenommen Oh Ich dachte der wär tot Ne, ne Weil der so da lag Ich hab den schon gesehen, aber Ich hab aber auch gedacht, dass er tot war Er hat sich grad gehellt Oh Heilung, bitte Ging ja nochmal gut Ja, grad so Und einmal P Unfassbar, ich hab fünfmal tot gewesen Ne, ne, du hast solche Aktionen auch Echt? Ja Neue Weste, neue Weste brauch ich Der hat ne dreier Weste, sehr gut 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 Okay Uh, ich hab noch ein bisschen neuner So viel Zeug hatten die aber auch nicht mehr Ich hab keine Boosts mehr Behältst du die UMP echt bis zum Schluss? Ja klar Warum nicht? Und nur so? Und nur eine Frage Ich werd die wahrscheinlich eh nicht benutzen, wenn ich ehrlich bin Okay Gönn dir, gönn dir, gönn dir Der gönnt sich? Ich gönn mir? Aber das sind drei Laufen Der hat ne? Finischen, finischen, finischen Vorsicht Finischen ist immer so Zone komm, du bist nicht drin Spooni Jo, passt schon Aber ich hab zwei von denen ausgenockt, also Okay, ist er auch tot? Einer nur noch Spoon Einer nur noch Einer nur noch? Nein! Scheiße! Das Foto-Finish Du hast nur noch Bandagen? Ja! Ah ne! Sorry! So, jetzt geht's los hier Weiß jemand wo der war? Ähm, linken von dir müsste der sein Irgendwo da, ja Irgendwo hier hab ich auch gedacht Aber er wird schon gemoved sein, hundertprozentig Ja, ich muss auch in die Zone Rechts ist viel zu weit oben auch Ja gut Du kannst einfach ruhig runterspringen Du kannst einfach ruhig runterspringen Ja, da rechts Da ist schon Er macht's wirklich Leck mich im Arsch, ey Schönes Ding, Mann Hat sich ja gelohnt Wow Das du abgehauen bist Wow Einfach nur Wow Oh Mann Der Typ Läck mich im Arsch Leck mich noch nass Bis zum nächsten Mal.